Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Runde von Frag den Bürgermeister. Ihr habt Fragen eingereicht und die wollen wir an dieser Stelle beantworten. Erste Frage. Wann werden die Fahrradwege in Künzelsau gerichtet? Gibt es einen Ausbau nach Ambrichshausen? Fahrradwege in Künzelsau werden gerichtet und zwar ständig. Wir sind auch dabei, Fördermittel zu beantragen für den Ausbau, aber auch für die Sanierung von Radwegen. Sodass ihr auf jeden Fall davon ausgehen könnt, dass in den nächsten Jahren auch da was passiert. Darüber hinaus arbeiten wir genau sogar an einem Mobilitätskonzept. Da geht es nicht nur um Fahrradbeziehungen, sondern auch um Fußgängerbeziehungen, aber auch um den Autoverkehr und die Kombination. Und da glauben wir auch, dass es da noch viel Verbesserungspotenzial in Künzelsau gibt. Also genug zu tun für die nächsten Jahre. Kommen wir zur nächsten Frage. Und die lautete, wurde mittlerweile ein Lastenfahrer zum Vermieten angeschafft? Die Antwort ist nein. Es wurde noch kein Lastenfahrer zum Vermieten angeschafft. Es geht sogar um ein E-Lastenfahrer, dass man wirklich den Buckel dann hochschafft. Auch bei uns am Südhang zum Beispiel. Wir sind gerade in der Feinabstimmung mit den Sponsoren. Und dann werden wir entsprechende Fördermittel auch beim Land Baden-Württemberg beantragen. Und dann geplant ist, dass wir im Frühjahr dieses Lastenfahrer dann hier haben. Das soll nicht nur den Beschäftigten der Stadtverwaltung dienen für Dienstverkehre, sondern auch ausgeliehen werden können für Künzelsauer und Künzelsauerinnen. Sodass man mal schauen kann, ob ein E-Lastenfahrer denn was für den privaten Haushalt tatsächlich wäre. Nächste Frage. Wann werden die Straßen zum Beispiel am Südhang oder auf dem Weckhof erneuert? Natürlich ist uns als Stadtverwaltung und auch dem Gemeinderat bekannt, dass es schlechte und ganz, ganz schlechte Straßen in Künzelsauer gibt. Deshalb gibt es auch ein Straßensanierungsprogramm und eine Prioritätenliste, die dahinter steht. Und die wird abgearbeitet. Dabei sind manche Straßen auf der Überholspur, weil sie einfach schneller schlechter geworden sind oder weil zum Beispiel Versorgungsleitungen neu verlegt werden müssen. Wasser, Abwasser, aber beispielsweise auch Breitband, also Internet ins Haus. Auch das ist ein Thema, genauso wie Stromleitungen, die vom Dach dann in die Erde wandern. Das ist also ein bestehendes Programm, was weitergeht. Und ich hoffe, dass dann auch eure Straße, wenn die in einem schlechten Zustand ist, dann auch bald dran ist. Versprechen kann ich es allerdings nicht, denn wir können nur eine Straße nach der anderen dann tatsächlich auch ausbauen und sanieren. Also nächste Frage, wie stehen wir zum Mega Booster in Kupferzell? Zum einen muss man sagen, dass wir jetzt da nicht Planungshoheit haben beim Mega Booster in Kupferzell. Wir beobachten das aber gespannt. Natürlich einmal von der Technologie her, aber natürlich auch von den Risiken und Bedenken. Und da gibt es ja auch in Kupferzell und Umgebung einige. Und Kupferzell ist ja nun nicht furchtbar weit von Künzelsau entfernt, sondern grenzt direkt an. Und wir tun es zum Beispiel auch insofern begleiten, dass wir uns natürlich fragen, ja was bedeutet das auch sicherheitstechnisch? Also was muss unsere Feuerwehr dann zum Beispiel tun, weil die Feuerwehr Künzelsau ist Stützpunktwehr und rückt damit auch nach Kupferzell aus, wenn es da Probleme beim Mega Booster gibt. Gehen wir aber davon aus, dass im Rahmen von der Baugenehmigung für diesen Mega Booster das Sicherheitskonzept dann auch mal verfeinert werden muss. Das muss auch genehmigt werden. Und da gibt es hohe Auflagen in Deutschland. Und deshalb gehen wir auch davon aus, dass die auch in Kupferzell eingehalten werden. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Kochertalbahn und ob es da nicht auch alternative Mobilitätsformen gibt. Zum Beispiel autonome Shuttle, die viel besser werden, als jetzt wieder Geld in die Schiene zu investieren. Das ist gar keine so einfache Antwort, die man auf diese Frage geben kann, weil zum einen gibt es natürlich Schienenanbindungen auch die nächsten Jahrzehnte weiter. Es wird auch die Deutsche Bahn weitergeben und es ist, glaube ich, grundsätzlich sinnvoll, dass man auch an ein erweitertes Fernliniennetz auch angebunden ist. Insofern spricht es auch dafür, für den Ausbau der Hohenlohe Bahn und dass es dann auch eine direkte Beziehung nach Künzelsau gibt, weil vorstellbar ist beispielsweise, dass wir dann in Künzelsau starten und direkt dann durchfahren können, zum Beispiel nach Heilbronn. Also das ist die eine Option, die momentan auch geprüft wird. Da gibt es auch eine Machbarkeitsstudie, die aktuell noch läuft, wo sich eine standardisierte Bewertung anhängt. Und die ist entscheidend dafür, ob man dann in die Wirtschaftlichkeit kommt und auch in die Förderung. Momentan sieht es da recht gut aus. Wir sind da auch optimistisch. Und deshalb ist es auch unsere Priorität Nummer eins, nämlich der richtige Anschluss ans Schienennetz und damit auch an die Taktung im Ländle. Und die soll ja bekanntlich ausgebaut werden. Das wäre richtig gut für uns. Falls es nicht klappen sollte, denken wir natürlich auch über Shuttle-Systeme nach, auch über autonome Shuttle. Da gibt es welche, die jetzt auf bestehenden Straßen fahren können. Aber es gibt auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch die Bergbahn, die ein eigenes Netz hat. Auch hier sind die Gedanken frei, ist für uns allerdings nur die B-Variante. Was wir allerdings in der Stadt überlegen, und da gibt es auch ein erstes Pilotprojekt, sind dann die innerörtlichen Verkehre. Also von den Hauptlinien weg, wie komme ich dann denn dahin, wo ich wohne? Weil das ist ja das Hauptproblem im ländlichen Raum. Und hier glauben wir, dass Rufbus-Systeme momentan mal erstmal nicht autonom, aber künftig dann vielleicht autonom, dass die eine richtig gute Lösung sind. Und so ein Rufbus-System haben wir in europaweiten Ausschreibungen. Sehen wir, oder sind wir dabei, in die europaweite Ausschreibung zu bringen. Das ist die richtige Antwort, damit wir das auch hier bei uns als Alternative zum Citybus installieren können. Parallel geht es aber schon um Forschungsvorhaben, und dafür sind wir immer zu haben. Oben mit Schloss Stetten und der Hochschule. Hier guckt man ein autonomes Bussystem, was oben an der Residenz auch fährt und im Einsatz ist, und dann auch zu uns runterfahren soll und auch dem Forschungsvorhaben dann auch mit der Hochschule dient, um einfach Erkenntnisse zu sammeln, wie funktioniert das, auch bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, was sind so die Hürden, woran muss man noch arbeiten. Also das sind auch spannende Einblicke, richtig scharf gestellt wird, dieses Projekt dann im nächsten Jahr. Da darf man wirklich gespannt drauf sein. Dann natürlich eine spannende Frage zur Digitalisierung. Welche Projekte laufen bei Ihnen und Ihren Behörden im Rathaus in Richtung Digitalisierung? Also da laufen ganz unterschiedliche Projekte. Beispielsweise haben wir das Bürgerbüro im Laufe der Jahre jetzt gestärkt durch ein internes Wissensmanagement, wo wir sagen, 95 Prozent der Dienstleistungen, die der Bürger in Anspruch nehmen, die sollen unten im Bürgerbüro erledigt werden können. Das sind Dienstleistungen, die zwischen 5 und 15 Minuten brauchen. Und deshalb haben wir ein Wissensmanagement hinterlegt, damit sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann auch gut Auskunft geben kann in dem Bereich. Parallel dazu schauen wir mit dem Kommunalen Rechenzentrum und darin sind wir beteiligt. Unsere heißt ComOne, das ist ein Rechenzentrum für die Kommunen in Baden-Württemberg, dass wir peu a peu unsere Dienstleistungen dann auch digitalisieren. Das heißt, einen digitalen Zwilling haben. Also nicht nur im Bürgerbüro, was auch künftig noch gehen soll, sondern auch digital. Und da gibt es verschiedene Änderungen und da gibt es immer mal wieder Neuerungen. Informationen darüber findet ihr auf unserer Homepage. Also erstmal schauen, was ihr braucht und ob wir dieses Angebot schon haben. Und wenn nicht, gibt es halt momentan erstmal nur analog. Im Haus gucken wir aber auch, dass Mitarbeiter mobil arbeiten können. Das heißt, alle haben die entsprechende Ausrüstung. Unsere Programme laufen auf dem Citrix-Laufwerk, beispielsweise, dass es von überall über eine sichere Verbindung auch vorhanden ist. Und wir gucken zum Beispiel auch, dass wir im nächsten Prozess zum Beispiel die Bauakten digitalisieren. Es gibt digitale Bauanträge. Also da gehen wir Schritt für Schritt voran und sind, glaube ich, insgesamt schon ziemlich gut aufgestellt. So, das waren jetzt mal die ersten Fragen zu Frag den Bürgermeister. Wir wollen dieses Format dann auch in Zukunft weiterleben. Also wenn ihr Fragen habt, wir sammeln die ein Stück weit natürlich und werden sie dann zentral beantworten. Bis bald!